Tomaten, Limetten, Kiwi, Johannisbeeren, Grebfrut und dazu noch ein Glas lupenreinen Essig. Damit fangen wir auch erstmal an. Cheers! Genau die richtigen Zutaten für ein romantisches Picknick von Bild-Mitarbeitern. Alles unglaublich sauer, aber es gibt da einen Trick. Man nehme kurz vorher eine Mysterious Fruit Tablette, eine afrikanische Wunderbeere in Tablettenform. Damit soll alles Saure richtig süß schmecken. Wir machen den Selbsttest mit dem in Deutschland nicht zugelassenen Lebensmittel. Ein Renner in Afrika und Asien. Erst die kleine mysteriöse Pille und dann steigern wir uns langsam mit Tomate und Limette. Also meine Tomate schmeckt hundertprozentig nach Tomate, also keinerlei Veränderung. Wie ist die Limette? Die Limette schmeckt gut, weil man kann sie wirklich essen, sie ist nicht zu sauer. Schmeckt jetzt noch mehr nach Calpirinia. Aber sehr, sehr lecker. Dann Grapefruit, Johannisbeeren und zu guter Letzt die Königin der Säure, die Zitrone. Also Sie sehen, wir verziehen die Gesichter nicht. Klappt. Spitze. Total lecker, die Zitrone. Muss man von gar nichts anderem mehr ernähren. Wir sind begeistert. Und als Digestiv ein lecker Glas Essig. Also es schmeckt nicht mehr wie Essig. Es schmeckt ein bisschen wie Zucker, Wasser, was auf den Magen schlägt. Also nach diesem Test, nach diesem kurzen kleinen Test ist uns klar, die mysteriösen Fruchttabletten halten wirklich, was sie versprechen. Alles schmeckt verdammt gut, gut gesüßt. Und die packe ich mir jetzt ein und nehme sie mit nach Hause. Tschüss, bis zum nächsten Bild.de Picknick.